schade nicht erhalten also nicht gekriegt noch nicht jetzt aber blutrank kostbares fell und seele erhalten da rechts ist was versteckt säure halten geheimnis heiltank erhalten geheimnis das ist doch ein gegner hallo oder hirsch es hat ein geweiher so hirsch glaube ich ich bin mir nicht so ganz sicher 134 viel erhalten geheimnis es hat hier ein geweiher sein hirsch würde ich jetzt sagen so so blutrank kostbares fell und seele erhalten super war hier nicht irgendwo ein wildschwein das ist jetzt da oben blutrank kostbares fell und seele erhalten da ist noch ein gegner so 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 Okay, Schaft! Versäuchtes Wasser halten, Geheimnis! Damit hätten wir es hier! Gehen wir! Wir sind dann auch hier fertig. Und können uns jetzt dem größten Teil des nordöstlichen Kontinents widmen. Ich frage mich, Leute, wann uns der Clan mal angreifen wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wären die Angriffe des Clans deaktiviert worden. Das finde ich irgendwie blöd. Naja. So, das hatten wir... Ah, nein, Moment mal. Wir haben ja noch das hier mit der Burg. Und das hier auch noch. Moment mal, Pogonum ist noch nicht unser. Warum zählt denn das dazu? Das ist gar nicht... Ach, das ist das Lager! Hatten wir das denn nicht doch schon fertig? Das mit dem Lager und dem See? Verdammt, ich kann mich nicht mehr ändern, Leute. Aber ich weiß, wir waren hier noch nicht. Also fangen wir jetzt hier an. Das ist ein bisschen Wüste. Da kriegen wir dann wieder Schaden. Aber das macht nichts, Leute. Ein Drache! Ja, zwei Besie. Super! Zwei Drachen! Wir haben schon fast, oder ungefähr die Hälfte der Insel erkundet, Leute. Also dieses Teils hier. Gefällt mir. Erstmal hier oben weiter. Bespiel weg. Okay. Zwei脆看一下. Zwei Drachen. proveit! Wieder ein einzelner Drache. Und weg. Zwei Drachen. Zwei Drachen. So, machen wir erstmal hier weiter. Und dann würde ich jetzt erstmal das da oben weitermachen wollen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Waren wir doch schon mal auf der Insel? Ach, keine Ahnung Leute. Wir machen das einfach. Und wenn wir schon mal da waren, dann Pech gehabt. Dann kriegen wir wenigstens mehr Seelen. Oder haben schneller alle Seelen, die wir benötigen. Okay. Okay. Um einen Angriff. Naja. Um dieses Gebirge herum sind verdammt viele Monster, Leute. Einer ist weg. Speisen weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tja, einer weniger. Sehr gut. Greif mir den da an. Oh, der ist besiegt. Der auch. Toll. Hier ist bestimmt irgendwo was. Oh, der ist besiegt. Und jetzt sind bestimmt beide besiegt. Ja. Super. Zwei Dinosaurier. Skelette. Spannende. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Bist du dir? Sehr gut. Sehr gut. Ich bin's. Und weg mit euch. Oder mit dir. Passt. Hm. Oha, wir brennen. Während eines Kampfes ist das nicht sehr gut. Glück gehabt. Da ist tatsächlich was. Dann sollten wir mal lieber die Sonnenmäntel anziehen. Ja. Bevor wir aber hier entlang gehen, möchte ich noch... Okay. Jetzt haben wir alles erkundet. Wir waren also doch noch nicht hier, Leute. Das ist ja mal eine Schlange hier. Und die hat gar nichts aus. Tja. Also wenn selbst Walner mit 1313 Punkten kritischen Treffer Schaden verursacht, dann ist das ein sehr niedriges Gebiet hier. Was sich das Level angeht. Lichtruhne alten Geheimnis. Oha. 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 Однако. Oha. 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 Da ist doch was. Großer Seelenstein erhalten. Geheimnis. Das ist ein Affe, Leute. Wieso ist das ein Affe? Ich glaube, ich habe das Gefühl, als sollte ich speichern. Hey, schaut mal, ein Affe. Sieht mir aber nach einem sehr pelzigen Pavian aus. Fressen. Nein, lass mal. Ich glaube nicht, dass das schmecken würde. Okay. Dann halt nicht. Dann kriegen wir jetzt erstmal wieder unsere Ausrüstung zurück. Walna hatte einen Mantel des Vampirs. Elaine hatte, glaube ich, Antonius' Armband. Genau. Und Asuka hatte den Spiegelring. Gut. Du bist gar nichts. Du bist gar nicht. Vielen Dank.